Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Mario Party. Heute scheinbar alleine, denn die Palette ist einfach abgehoben. Hallo? Hallo? Oh, Woolblock. Okay, nee, Paluten ist gerade an der Tür und macht gerade Party oder so und deswegen bin ich jetzt erstmal alleine. Wo steht der da irgendwo? Ich achte erstmal drauf, Sekunde. Ja, okay, Item, Item, Item. Erlebt glaube ich noch, oder? Ja, erlebt. Ist er überhaupt drin? Hallo? Jetzt ist er tot. Oh, scheiße. Sorry. Bin ich allein? Ja, hallo. Ich bin schon ausgeschieden. Du bist gestorben. Ja, warst du kacke. Warst du schlecht? Ich war an der Tür. Nee, warst du einfach, ich hab mir so getan, weil er so schlecht ist, dass er das nicht geschafft. Nee, meine Nachbarin, ich hatte von der noch ein Paket hier bei mir drin. Hallo, die ist geil. Nee, das war nicht, aber die Geile hat heute auch ein Paket abgehoben. Oh, die, das ist eine Smartphone. Und dann meinte, da kam sie so hochgestappt und meinte so, hey, bitte, oh, 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 oh. Hey, geile Videos, Alter. Ja, alles klar. Das hat sie zu mir gesagt. Wie lange lebt man denn nur noch? What the fuck? Hey, du bist erster geworden. Hä? Kannst du mal, was heulst du denn rum? Außerdem hast du gerade meine Story unterbrochen, wie ich und meine Nachbarin. Ach komm, ja, geiles Snitch. Nee, ich hab sie dann reingebeten und ich meinte so, hey, du bist du schon meine... Warte, warte, auf welchem Feld bist du? Wo bist du gerade? Steh doch oben. Ja, genau, er hat besser gewürfelt. Okay, erzähl weiter. Ähm, und sie so, ja, komm rein, soll ich dir mal meine Freunde zeigen? Und dann hat sie gesagt, ja, klar, Petersil, wer sind deine Freunde? Und ich meinte so, ja, hier, guck dir die an. Und sie dann so, ah, doch, Petersil, du bist ja ein kleiner Kotiger. Ja. Genau so lief's und nicht anders. Und dann mit, mit, ähm, mit deinem Namen noch drunter, Minus Paluten. 29 Jahre alt, Jungfrau. Ich frag mich nur, warum mich die Girls nicht mögen. Ich zeig dir immer meinen Kot. Oh Gott. Ich war die Jungfrau, Alter. Ich bitte dich. Alter, ich weiß, alleine mit der Nachbarin. Was hab ich da gerade getan? Bist du tot? Ja, ich bin einfach gestorben. Ich dachte mir, ich ballte die Kartoffel. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ihr... Ja, ja. Glück gehabt. Ich schreib denen jetzt, dass sie dich fokussieren sollen. Oh, ja, ja. Nein, was seid ihr denn für Dullköpfe? Oh, da hat einer ein Ding insgezündet. Ja, aber... Ich geh nach oben und muss spekulieren, dass ich nicht... Kaum keiner. ...ne Potato wär. Oh, oh, scheiße. Ja, das ist doof. Du weißt schon, dass du einen hast? Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Nein, nein, ich hab ihn hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Nein, nein. Oh Gott. Lol, als ob, Junge. Es gab noch eine Verlängerung. Das ist doch nicht normal. Jetzt wartet der da einfach hinter. Jawohl, da sind wir dabei. Und ich war trotzdem siebter. Hä? Was? Wie geht das denn? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil alle gestorben sind. Dann war ich einfach mit zehn anderen siebter. Oh. Tschüss, Loser. Was hast du? Eine Fünf. Ach, du auch. Guck mal deinen Rekord an. 38, ja. Ist exakt wie deiner. Das sind wieder viele krisse Maschinen. Ja, aber ich hab 28 und weniger Millisekunden als du. Was? Ja, ja. Bestimmt. Auch schön, wie ich dir gerade an der Treppe hängen geblieben bin. Ach, da gehst du lang. Oh. Ne, das hab ich heute einfach mal ausprobiert. Ja, scheint ja was gebracht zu haben. Mist, ich hol dich nicht mehr ein. Ja, aber ich hab leider die Tendenz, hier manchmal... Ja. Ja, ich auch. Ja, bin unten. Ist schlecht. Eigentlich, also wenn ich jetzt nicht mehr komplett verkesel... Mist, hab dich angelogen. Jawohl, neuer persönlicher Rekord. Mist, ich war direkt hinter dir. Oh, da bin ich... Das würde mich interessieren. Nein. Also ich muss ja jetzt eine 37 gemacht haben. Ja, ja. Du bist halt auch perfekt durchgelatscht. Ja, das stimmt. Ich hab da schon die Tricks, Alter. Ach, scheiße. Aber jetzt gib mir bitte einen guten Wurf. Mach ich. Ich geb dir eine Eins. Äh! Eine Sechs, okay. Und du? What? Eine Drei. Und eine Drei, ach. Und eine Vier. Oh, ich seh den Ständer. Was? Also den Ständer. Achso, ja, hatte ich auch. Hatte ich auch. Nicht, dass man das hier... Ja, da bist du. Halt, du? Ja. Hallo, Menje. Hallo. Bist du auf Feld 26? Ja. Oh. Du hast krass gewürfelt scheinbar. Ja. Oh, ey, ey. Okay. Mal schauen. Wer wird diesmal den Rekord brechen? Gibt es hier einen Rekord? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Weil ich seh bei Ranking einfach gar keine Infos. Ah, ich hab F1. Damit es schöner aussieht. Hier, Leute. Guckt es euch an. Alter. Alter, geil. Ach, da. Ja, ich hab mich wieder zurückgebackt. Ich habe nicht Rechtsklick gedrückt, Leute. Natürlich nicht. Definitiv nicht. Du brauchst so eine krasse Handcam wie die ganzen PCP. Ja. Das Spiel da... Was backe ich mich denn so hoch, Alter? Ich hab mir da gerade eigentlich den Kopf gestoßen. What the fuck? Also, das ist wirklich skandalös, was hier wieder an... Und, okay, das war meine Schuld. Aber das davor... Nee, sorry. Also, ich schwebte gerade so richtig abartig in der Luft. Also, ich glaube, wenn jetzt hier nichts mehr schiefläuft... Oh, apropos. Ja, okay. So viel dazu, zu schieflaufen. Hast du es jetzt? Nee. Ich werde es auch nicht schaffen. Ich muss hier ein bisschen brennen. Na, was? Ich war... Oh, Kopf gestoßen. Ich war durch. Ja, ja. Nur halt wieder nicht mittig. Ach so. Ja, okay. Das ist natürlich... Habs. Oder? Ja. Ich bin auch da. Ja. Also, ich sehe auch niemanden. Egal, ob ich Sichtbarkeit an oder ausmache. Die sind einfach... Ach, die sind noch beim dritten Jahr. Oh, oh. Ja, gut. Dann gehe ich kurz afkar, mir was zu essen machen. Bis gleich, Freunde. Tschüss. Hallo, hier ist... Hier ist die geile Nachbarin. Bitte lass dich kurz was zu essen machen. Du bist also dieser Männchen, von dem er immer erzählt. Ja, ja, und? Ja, ja, bist du ein Lauch, habe ich gehört. Nee. Ja, ich habe irgendwas mit einer Enderpole gehört. Wolltest du einfach nicht hören? Das Erste, das Erste, worüber du mit dir redest. Ja, weißt du, ich habe einen Freund, der ist bei Anuil. Und der hat einfach nicht die Enderpole geworfen beim Milka-Fahrer. Was? Was ist... Was? Nein, nein, sie würde sagen... Oh, ja, ich gucke das voll gern. Hab ich natürlich gesehen, alle. Richtig geil, wir haben eine Corona. Du, was eine Maschine, bitte. Ja, oh Mann, ey. Du hast es ja auch schon mal gewonnen, ne, Paluten? Ja, ja, habe ich. Sie nennt mich natürlich auch Paluten und nicht beim richtigen Vornamen. Weil der geheim ist. Den soll sie nicht herausfinden. Falls sie mich auf einmal verklagt oder so. Hört sie gerade eigentlich zu? Ja. Da ist Patrick! Und du als Patrick? Das ist ja noch... Aber das ist eigentlich... Ja, genau. Was bist du ein Villach? Was? Es gibt keinen dritten Endstaft? Oh, nice. Ah, doch, gibt's wohl. Aber der war nicht drin, oder? Ich weiß es nicht, ob Holywood drin war. Jui. Jui, sei komisch aus. Der war, glaube ich, am nächsten. Wow, eine Eins. Wow. Oh, eine Sechs? Wow. Tschüss, Menje. Oh, eine Zwei. Scheiße. Scheiße. Nein, der hätte ich richtig reinballern können. Da hättest du wirklich richtig reinballern können. Aber stattdessen hast du nicht reingeballert. Vier Felder vor mir. Ja, dann wieder ein Spiel, was wir beide... Ach, nee. Kann nicht irgendwas kommen, wo ich richtig krass bin? Gibt's ja noch irgendwas? Aber die Frage ist, wo bin ich denn? Ja, wo bin ich denn krass? Also eigentlich bist du beim Minenfeld richtig gut. Ich hab nur beim letzten Mal gut gespielt. Ja, beim Bobbeln. Letztes Mal war ich crazy Druck. Oh. Ja, genau wie jetzt auf. Oh, ich bin hier hingeblieben. Ich hab gesehen. Nein, 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 nein. Jawoll. Ey, schon wieder so eine halbe Sekunde. Was ist das? Wie ein legendärer Abfalleimer. Ich bin schon so ein legendärer Abfalleimer. Was bist du? Also ich möchte jetzt ganz gern zwei Sechsen würfeln und dann Bowser fällt und dann GG. Ja. Ja. Eine Eins. Okay. Hat doch gar nicht beim Rumgepackt. Ja, gut. Ich hab auch eine Eins. Geil. Und eine Sechs. Och, nee. Wie soll ich dich denn so einholen? Ja, das weiß ich auch. Ja, dann musst du mal ein bisschen besser würfeln. Ja, geil. Ich kann dir nicht bei allen helfen. Von wie denn noch irgendwer anders vor uns ist, obwohl wir die ganze Zeit Erster und Zweiter werden. Von die ganze Zeit. Och, Minischübel. Ja, doch. Minigames waren wir eigentlich echt gut. Ja. Wo waren wir denn verkackt? Ja, überall eigentlich. Was? Nein. Ja, doch. Ich muss an dich glauben. Oh mein Gott, eine Eisenachst. Ja, du musst an das Herz der Karten glauben. Ich komm direkt zu dir, wenn ich dich sehe. Warum? Ich hab dir doch nichts getan. Ei. Bist du da ernsthaft? Du bist doch ein Moloch. Oh. Oh. Alter, gleich ruf mich die Nachbarin an. Okay. Ja gut, dass ich dir gar nicht mehr hinterher gelaufen bin. Alter, was ist denn das für ein Zurückbacken? Weiß ich das nicht. Backen. Backen. Ich back dir mal zurück. Kennst du das? Jo, ich bin mitten in so einem Ding. Ich hab ein halbes Herz hier oben. Ich bin cool. Hi. Hi. Schaut mal, wer das war. Wahrscheinlich nicht du, weil du hi gesagt hast. Alter Junge. Sieben Kills, alles klar. Das klingt nach einem neuen Rekord. Ja, kann sein. Okay, war gut, dass es euch gar nicht wert. Das finde ich sehr angenehm. Oh, hey. Oh, der Entstand. Hä? Wie viel? Und er ist mit zwei Kills erster. Ach, ach. Warum kämpfe ich denn überhaupt noch? Ah, und ich weiß. Ich bin gerade mit zwei Schlägen oder so gestorben. Und der Sound danach war so krass aneinander gedrückt. Dass es sein kann, dass ich einfach im Kampf so zwei Sekunden hängen geblieben bin. Uh. Ja, das war einfach eine krasse Kombo. Dich einfach weggeflext wie so ein Lering. Ja, das kann sich eine Lag-Kombo. Aber guck mal, jetzt sind es nur noch zwei Felder und freier Fall. Oh nein, 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 nein. Wenn jetzt irgendwas kommt, was du direkt schaffst, dann ist das scheiße. Also das ist auf jeden Fall eins, was ich... Oh ja, hab ich jetzt schon. Hab's. Oh, ich nicht. Ich bin leider wie ein Müllhaufen darunter gesprungen. Ach, komm. Ach, das kenne ich noch. Hier bin ich nicht runtergekommen. Ach, komm. Ja, das ist auch eine Scheiße. Ey, das... Ich weiß aber, glaube ich, irgendwas hattest du mal gesagt, wenn du zur Seite musst. Ey, das ist doch nicht wahr. Aber wo soll ich denn hier zur Seite? Ja, ich hab's. Oh Gott, was für ein Scheiße. Ey, also das wirst du auf jeden Fall gewinnen. Nein, nee, das werde ich nicht schaffen, weil das dritte ist mein Nemesis. Ey, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Alter, als ob. Oh mein Gott. Äh, geh. Ich hab mehrere Sachen ausprobiert. Geh links lang. Links, okay. Und dann? Ja, rechts. Ich hab sogar rechts die Ecke ausprobiert. Toll, ich bin zumindest einmal auf den Boden gekommen. Das hab ich vorher noch nie geschafft. Ja, guck mal. Ich seh, ich helf dir. Oh, scheiße. Da ist einer im Ziel. Ich wurde grad zurückgepackt, bin aber trotzdem tot. Nee, das kannst du, da kannst du ja, ach komm. Ach, das ist skandalös. Sag direkt, was du würfelst, hier. Hier, hier. Du siehst mich doch so gerade. Ich weiß. Ah, geil. Ich hab ne zwei, ich bin nicht mehr am Ziel. Wow, ne eins und ne sechs. Alter, das ist nicht wahr. Aber du bist doch am Ziel. Ja, schon, aber ne eins. Hallo. Hey. Hallo, mein Ziel. Was ist das denn? Egal, okay, immer noch gewonnen. What the fuck? Ah ja, drei Felder vor dir. Boah, war das knapp. Also, wir haben echt alles gewonnen. Waren aber trotzdem die letzten Müllhaufen. Das stimmt. Müllhaufen trifft das Ganze, glaub ich, ganz gut. Das jedenfalls, ne? Ja. Ja. Okay. Gut. Dann bewertet den Part. Bewertet die Nachbarin von ihm. Und schaut mal bei ihm vorbei. Der ist nämlich in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.